Hi Leute und Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt bei der Pre-Saison-Folge der vierten Saison angekommen. Mittlerweile schon für die vierte Saison. Nachdem wir eine echt starke Saison hatten mit einem Platz 4 in der Fahrer-WM, Platz 3 in der Konstrukteurs-WM, nicht weit vom zweiten Team Mercedes. Red Bull war ein bisschen in ihrer eigenen Liga, aber auch weil die das überlegende Auto hatten am Ende. Und wegen dieser Reglementerung ist es interessant, ob die das auch halten können am Ende, oder ob die da sogar abrutschen. Mir würde nichts wundern, wenn die das auch alles safen können, natürlich. Es sind ja nur zwei Abteilungen, die die retten müssen eigentlich, also. Naja, aber trotzdem, wir haben vor länger nichts gemacht und hatten auch erst bis zum letzten Rennen alle safe. Und die haben noch definitiv mehr zu retten, logischerweise. Also damit mal sehen. Aber erstmal haben wir jetzt hier keine Aktivitäten, doch haben wir Aktivitäten, die wir machen können. Ja, pushen wir doch Pierre erstmal hier komplett für diese paar Tage um und dann, oder erstmal zur Vertragsverhandlung vor allem, ne. Erstmal der, also ich denke, es ist klar, dass wir Pierre behalten. Ich hoffe nur, also ich würde ihn begann behalten. Die Frage ist, ob er Bock noch. Aber wenn es jetzt ein bisschen schlechter lief für uns. Ähm, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, was wir machen, wenn er nicht will, ne. Wenn er, wenn er ablehnt und irgendwie, wie wir ihn uns doch nicht holen können. Am Geld heute das nicht. Das ist, glaube ich, klar. Da habe ich ja extra richtig viel angespart. 20 Millionen einfach mal. Und er kostet eigentlich nur 12 Millionen. Also, daran sollte schon mal nicht scheitern. Und an die ganzen Einrichtungen eigentlich auch nicht. Da haben wir halt Stufe 3 überwiegend, hier Stufe 2, hier Stufe 1 immerhin. Und Marketing guckt Gasly eigentlich. Zumindest hat er. Nicht, der Kupfer ist bei ihm jetzt anders. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Wir werden versuchen, ob die Kontaktaufnahme überhaupt erfolgreich ist. Ja, okay. Er hat immer noch Bock, zumindest. Wir haben ein paar Tage Zeit, um das wieder hinzubekommen mit Pierre, ne. Niedriges Risiko natürlich. Fassi Typ 2. Ja, perfekt. Ja, ich befürchte, er wird es beim ersten Mal schon ablehnen, weil ich glaube nicht, dass er mit 12,75... Oh, nein! Oh, diesmal ist er sich selbst sofort mit sich zufrieden, oder damit zufrieden, wow. Weil der Saisonhälfte hat mir ein bisschen Probleme, wer sich noch daran erinnert, ne. Aber, damit haben wir jetzt schon mal diese Hürde, diese Angstsache. Weil schon ein bisschen Angst ist, dass er ihn ablehnt, ne. Schon mal aus dem Weg geräumt. Pierre ist auch in der zweiten Saison, zumindest für die erste Saisonhälfte. Obwohl, ich denke, schon für die ganze Saison unser Teamglöcke weiterhin. Und, ja, dann. Was können wir dann noch machen? Vielleicht ja mal wieder ein bisschen Upgrades. Hält das hier? Wir haben jetzt Pierre bezahlt. Und damit können wir jetzt hier auf jeden Fall mal beim Analysezentrum bei Pierre mal ein bisschen was auch wieder machen. Mit bei, was ist das für ein Erfahrungswert von Pierre, ja. Machen wir doch das mal. Machen wir das doch mal. Und, let's go. Und dann tun wir die Zeit wieder vorspulen. Bis zur Saisonende erstmal. Ne, ich habe jetzt keinen Bock an einem Interview, muss ich sagen. Oder keine Zeit. Sagen wir mal diese Ausrede, oder? Einfach keine Zeit. Aber ich finde den Song abschließend sogar. Oh, da bekommen wir das eine Upgrade sogar erst nach der Saison, wenn die Reglementerungen gar nicht mehr zutreffend sind. Das ist auch nicht schlecht, natürlich. So, was hat er jetzt zu sagen hier? 20 C. 30,4 Millionen für unsere Preisgeldplatz 3 und so. Oh, 30, Alter. Das haben wir aber ganz schön viel Kohle. So, jetzt haben wir das hier. Zweiter. Zwei Siege. Wir haben nur zwei Siege? In der Saison eingefahren. Zwei nur. Haben wir da in der letzten Saison mehr Siege sogar eingefahren? Gut, das waren auch dann 23 Rennen, klar. Aber trotzdem, Alter. Nur zwei Siege. Pfff. Okay, wie kommt es irgendwie mehr vor? Pierre, ein Sieg. Okay, als Teamer mit drei Siegern natürlich. Puls, drei. Wir haben sogar mehr Puls als Siege. Zwei Puls bei Pierre. 213 Punkte gegen 155. Ist nicht so weit gekommen. Also für eine erste Saison war das von Pierre eigentlich nicht so schlecht. Und Platz 4 und 6 in der WM. Jetzt bin ich ja gleich gespannt. Okay, jetzt kommt es. Jetzt kommt der Rennkalender. Was machen wir? Ich würde sagen, wir machen Miami wieder rein. Diesmal. Dafür. Bahrain mal raus. Würde ich sagen, weil wir da glaube ich seit Saison 1 immer gefahren sind. Das ist irgendwie langweilig sonst. Oder? Oder war es Bahrain schon mal raus? Alter egal. Saudi Arabia ist auch ein netter Auftakt mal. Ähm. Monaco bleibt auf jeden Fall drin. Was ich das sag? In Saison 4 noch. Das ist ja Wahnsinn. Ungarn bleibt auf jeden Fall auch draußen. Ich würde sagen, wir machen mal wieder Singapur rein. Weil ich habe Bock auf diese neue Layout mal. Die musste ich ja erstmal für eine Saison jetzt pausieren lassen. Weil das ja davor die Saison eine Katastrophe in Singapur war. Da musste ich es ein bisschen verdauen jetzt. Also hätte ich Bock die hier draußen wieder drin zu haben. Und dann dafür kommt jetzt. Würde ich sagen. Portugal wieder rein? Oder war die schon letztens drin? Die Portugal war raus. Haben wir raus gemacht für die Saison. Die kommt wieder rein jetzt. Abu Dhabi bleibt auch weiterhin drin erstmal. Las Vegas. Die wird in 100 Jahren nicht mehr bei mir auf den Kalender kommen. Kata werde ich auch noch mal pausieren lassen. Für diese Saison zumindest. Texas auch. Und. Der Rest gefällt mir eigentlich so gerade. Ja. Okay. Dann haben wir unsere Saison. Ah ne. Ne haben wir noch nicht. Ich sehe hier gerade. Zwei. Wir müssen sogar noch ein bisschen was streichen. Dann würde ich sagen. Streichen wir doch mal Kata da einfach. So aus Prinzip einfach mal. Ohne jetzt drüber zu überlegen. Und dann noch. Auch in Japan auf gar keinen Fall. Hmm. Oder Abu Dhabi doch mal. Ne. Will ich jetzt irgendwie nicht. Dann streichen wir einfach nur Brasilien. Einfach weil das. Ja. Ein Sprint weniger ist. Ihr wisst ja. Ich bin kein Fan von diesen Sprints. Äh. Ja. Okay. Jetzt haben wir aber safe alles. Perfekt. Los geht's. So. Fahrer. Achso. Ne. Das müssen wir nicht machen. Hier. Als erstes. Die Kleidung. Und zwar. Und näher von euch die Kleidung. Ich würde erstmal fast. Ich würde erstmal. Die Lackierungswahl machen. Weil. Da habe ich mir extra. Schöne Autos hier gekauft. Nebenbei. Und zwar. Beginnend von. Ich glaube den habe ich mir auch gekauft. Eventuell. Den habe ich mir auf jeden Fall gekauft. Diesen schönen bunten Renner hier. Mit blau. Rot. Gelb. Weiß. Und all das. Den hier auch. Den hier auch. Diesen orange. Und ich weiß halt echt nicht. Den auch. Ich weiß halt nicht was wir nehmen wollen. Das sieht alles so geil aus. Auch die hinteren haben uns. Den nicht. Den habe ich mir gekauft. Den hier auch. Den hier auch. Den hier auch. Ich habe mir viele gekauft. Wie ihr seht. Ich würde sagen. Für diese Saison. Werden wir. Uns. Als erstes. Den hier krallen. Weil ich finde. Dieses orange. Mit diesem. Feuerrot. Oder so. Mit diesem. Grau auch noch. Richtig. Richtig. Heftig. Richtig krass. Man könnte sogar wohl noch die Farbe wechseln. Wenn man will. Man könnte sogar noch ändern. Hier einfach. Aber ne. Komm. Werden diesmal grün. Oder man könnte sogar komplett rot. Oh. Alter. Krass. Wisst ihr was. Feuerrot. Was sieht doch noch krasser aus. Änderung bestätigen. Das sieht ja erstmal. Alter. Das sieht so geistig krank aus. Wenn das nicht mal hier eine gute. Äh. Eine gute. Kampfansage in Richtung WM ist mit diesem Renner. Hä. Persönlich Digga. Kann man die jetzt nicht angeben? Keine Ahnung. Aber jetzt natürlich auch noch hier. Die Kleidung. Na. Die müsste jetzt auch noch gemacht werden. Hm. Was kann man denn da für den Helm nehmen. Was passt denn gut zu diesem. unseren schön orangen roten Auto. Das. Auf jeden Fall. Dieser rote Helm. Aber das ist ja sogar der den wir gerade hatten. Na. Ah ne. Dann müssen wir einen anderen nehmen. Nehmen wir halt den. Und tun den halt noch mit Farbe ändern. In rot so ein bisschen auch. Damit es so ein bisschen ähnlich halt mit dem Auto aussieht. So schön rot hier. Schönes rot hier. Dann. Was war noch dran? Grau. Dann halt hier grau ein bisschen. Richtig schönes grau. Ne. Helles grau. Helles grau. Helles grau so ein bisschen. Ja. Und dann. Was war noch dran? Das wäre halt ein krasser Helm. Das wäre halt ein krasser Helm. Ne. Wie war denn da jetzt? Puh. Auch heftig. Oder kann man sich nicht auch irgendwas kaufen eigentlich an Anzügen nebenbei mal? Ja. Kann man. Ich frage es haben ja genug Geld. Bin ich mir gar nicht mehr so sicher grad. Ähm. Das sieht ja am krassesten aus. Oh. Ja. Oh. Okay. Okay. Aber der ist teuer. Ja. Und den können wir uns nicht leisten. Ich glaube wir können uns jetzt den leisten oder? Weiß ich nicht. Mh. Der würde auch krass aussehen. Denke ich mal. Können wir uns den leisten? Ne. Auch nicht. Ich muss den überhaupt leisten. Nein. Wir haben gar nichts mehr. Okay. Okay. Wir können uns gar nichts leisten. Wir müssen einfach so ein Standardding nehmen. Wohl. Ach. Nehmen wir doch einfach. Oh. Ich weiß es gerade nicht. Ach. Nehmen wir doch den. Der sieht doch ganz so nice aus. Farbe ändert sich wieder. Ein wunderschönes Rot. Richtig schöner roter Anzug. Jetzt. Jetzt wird auch mal ein rotes Ding. Ja. Das wollte ich zwar jetzt nicht. Aber okay. So. Dann wieder so ein bisschen grau auch wieder. Natürlich. Ach. Jetzt habe ich. Ach. Ne. Das passt schon. Oder? Ähm. Das passt nicht. Warte. Wieso ist das wieder normal? Loll. Was war das gerade? Ich weiß es nicht. Aber das Geld finde ich sogar geil eigentlich. Das lassen wir mal. Obwohl das Grau will ich doch ein bisschen anders umändern. Muss ich gestehen. Das sind doch lieber in grün. Oh. Ja. Wenn das nicht ein schicker Anzug jetzt ist. Ferrari Rot. Ach. Die Handschuhe jetzt auch noch. Ach man. Ja. Wie passen denn jetzt dazu? Ja. Die. Aber die hatten wir glaube ich vorhin letztens von. immer die ja immer die ja und tut ja wieder in die farbe ach man so hanschuh gut dafür so hast also ich muss hier ja gut ich bin kompetent wie ihr seht so an jetzt ja schönes rot nee das muss ich wieder manchmal grün auch ungefähr das andere kann gelb bleiben gelb sieht geil aus und das passt alles das passt alles okay die details was machen wir da würde sagen lassen wir lassen wir obwohl honda hat leistung abgenommen honda hat richtig leistung abgenommen ferrari stärkste motor wirklich ok 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 kein wunder war mir auf die geraden immer so scheiße also wie schlechtesten wettbuch geworden alter scheiße da kommen wir nehmen uns den ferrari motor den stärksten motor ist auch noch perfekt und dann haben wir doch jetzt alles hoffentlich wunderbar trägt oder die von davon aus dann werden wir auf jeden fall wieder jetzt als erstes ich guck mal auf die performance oh was ja ich hab's mir gedacht was wir sind jetzt das op auto des jahrtausends wir sind das op auto des jahrtausends alpine auf zwei red bull hat sich noch ganz okay gehalten nur jetzt fehlt das team noch aber alter mercedes abgerutscht ferrari alter im grund ist das gesamte verhältnis auch immer so befasst ne von alpine bis hl vertaug ist jeden mann ist nicht so ein großer unterschied ne alter wir sind ja meist das mega vollkommen op auto des jahrtausends ach du scheiße ich bekomme sogar ein upgrade an oder ist das sogar angekommen von ah nein das ist doch verloren gegangen eie aber es kam doch gar nicht an dachte ich oder kam es an ach keine ahnung ja ist egal ist ja nur ein upgrade ist ja scheißegal so sieht die performance aus wir haben es einigermaßen wir haben es wirklich als einziges team mit am besten hinbekommen das war der plan den ich befolgt hatte pierre hatte so ein op auto und wir auch hoffentlich auch bis zum anfang ja das ist natürlich pierre noch mehr pushen als wenn das nicht vernünftig hätte ja was machen wir jetzt hier am besten ich würde sagen wir haben ein bisschen mehr geld auch kann nicht schaden ich könnte sogar noch mehr machen ja klar weil ich werde halt als jetzt kommt wenn wir noch ein bisschen mehr machen nein die o die ressourcenpunkte puffen geld ja will ich ja wo immer machen irgendwie ok jetzt können wir so ein bisschen geld auch ausgeben natürlich und zwar für die qualitätskontrolle würde ich sagen für die bauzeit und die qualitätskontrolle genau und beim personal einfach noch was hier bei pia sehr gut da ist schon fast alles voll hier sogar besser kann es ja auch fast nicht gehen und dann mal sehen ob wir auch so op bleiben bis zum anfang der saison das können die anderen ja schon noch aufschließen jetzt das könnte auch sein kann ich mir auch vorstellen tatsächlich man wird sehen ja 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 noch nicht auf jeden Fall noch nicht noch nicht oh ja können wir jetzt vielleicht was machen hier ja können wir zumindest mal so ein kleines teil hier machen dann haben wir hier noch genug geld um hier auch bei der euro was zu machen einfach na ne die euro ist auch noch zu teuer obwohl dann das nicht ach wissen wir was machen wir einfach dieses kleine ding hier mal und zwölf tagen und können sogar ein save ankommen oh nice 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 ach jetzt war so klar wieso ach so weil die moral wohl niedrig ist oder was naja machen wir es halt nochmal vier tage lol da kommt es ja sogar noch an krass wajajaja das nehme ich gerne mal so eine rivalität an weil das ja gut werden kann jetzt bekommen wir sogar noch ein upgrade an ach so die Fahrerwäsche müssen wir uns noch klar angucken nicht dass wir das vergessen aber erst tun wir jetzt hier schön gucken wie das bremsticken ankommt endlich auch und wir sind so ein op auto wir sind so ein op auto einfach mal Das ist so geistig krank, so was hat sich denn ein wechselnd getan, ich befürchte fast leider gar nicht, weil niemand so, ja, ich sehe jetzt schon gar nichts eigentlich. Red Bull gleich, Mercedes gleich, Ferrari gleich, McLaren gleich, S-Martin gleich, dass die immer noch Hürgenberg behalten ist ein Wunder, Zanuda noch bei Alpine, Druckwünsche noch bei Alpine, Bottas, Pouchea, Albon, Bivips, Magnussen, Joe, De Vries und Sargent, okay, es hat sich einfach nichts mal getan, okay, das ist halt, ja, okay, was war's, auf jeden Fall änderte sich nicht meine Laune, dass wir halt so ein OP-Auto sind und was, was für ein OP-Auto, ey, was für ein OP-Auto, das ist ja Wahnsinn, okay, ich würde sagen, das war's aber dann an der Stelle, beenden, oh, wir haben 2500 Ressourcenpunkte, ey, nein, 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 wir machen nur noch schnell einen Upgrade hier und zwar hier schnell, das ist fast, boah, okay, 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 jetzt, nein, hä, was, hä, was ist denn das gerade für ein Witz, ja, ist egal, machen wir hier halt beim Euro-Ding hier was, auch zu teuer bitte nicht, das auch noch, nee, das können wir uns leisten, oh, und da haben wir was nötig, aber, krass, oh, ja, ja, let's go, let's go, okay, das war's aber jetzt endgültig, bis zum nächsten Mal dann beim Auftakt in Twitter der vierten Saison und damit war's das, bis zum nächsten Mal und Tschau!